Hallo, ich begrüße euch zu der ersten Runde Robocraft im Jahre 2015. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Also, frohes neues Jahr in dem Sinne von mir an euch, an die wahrscheinlich besten Abonnenten der Welt. Ich hoffe, da kommen noch einige dazu dieses Jahr. Und ich habe gerade eine Runde gespielt, einfach um ein bisschen was von der Währung reinzukriegen. Ich habe mir dann die ersten stärkeren Blocks gerade geholt, habe die schon so ein bisschen verbaut. Ihr seht, nur sporadisch die Kosten und ein Schweinegeld. Und jetzt gehen wir dann schon mal ins nächste Battle rein. Ich würde gerne die Grünen gegen diese türkisen Blocks austauschen. Und ja, ich hoffe, dass ich allein dadurch schon wieder auf mein Tier 3 Level komme. Ansonsten muss ich halt nochmal, äh, weiß ich nicht, Besselreifen oder so oder noch eine Waffe da drauf. Hat eben ganz gut geklappt. Langsam, aber sicher werde ich ein bisschen warm mit den Waffen. Aber das, ich bin lieber leise. Also, wenn man sagt, ja, jetzt geht es, dann kriegt man wieder aus dem Fressbrett. So läuft das normalerweise. Ja, mal schauen, inwieweit ich es schaffe, meine guten Vorsätze gut zu wissen. Ich hoffe, wir haben auch gute Vorsätze, die wir auch einladen können. Und es war nicht mein Vorsatz. Besser, das war es für mich, wenn ich hier so glaube ich. Okay. Fallen frei bisher. Das ist ein bisschen zu tun. Aber hier. aber der kriegt aber schon ordentlich drauf, ist gleich schon kapott aber der fliegt, das ist natürlich nicht einfach mit meinen Waffen jawohl, den hab ich ganz gut drauf mal, leider nur 10% gestanden doch, immer noch ein Stück zu machen BAM, der war besser der war auch nicht schlecht, aber ich sollte vielleicht doch mal in die Zone oder geh ich noch mal nach dem Zucker hier gucken hat der immer so komisch gezuckt jo, anscheinend nichts mehr von übrig, das ist gut nach dem Scheiße nach vorne, nach vorne, jetzt, nach vorne, jetzt, jawoll weil das, nee, wie man auf dem Eis fährt, ist egal, nix abgebekommen ein bisschen was ausgeteilt souverän, möchte ich dazu sagen ok ja, ist jetzt nicht so viel direkt mal ins nächste so 145, bzw. für mich 45% mehr, das ist doch schon mal was so kann ich arbeiten ja, ihr könnt mir mal drunter lassen, in den Kommentaren, wie ihr denn Silvester verbracht habt ob ihr überhaupt Silvester, oh Scheiße, Fans seid, ich bin das nämlich nicht mehr also, ich hab mich, äh, mit einem Kollegen getroffen und da hab natürlich auch, äh, ja, ein bisschen gefeiert, sozusagen ich schreib das jetzt nicht anders und, äh, bin ganz ganz cool, glaub ich, nur noch mal rausgegangen einfach um, ein Fuß neues zu wünschen und dann bin ich aber im Dreck nicht ein also 5 Minuten, weil ich draußen bin dieses ganze Geballer, das ist nicht mehr so weit ja, der Baller ist nie bei dir zu wow okay, Junge, du bist gut aber jetzt, äh, weißt du nicht mehr, dass ich hilfahre denn jetzt weiß ich es nicht nein, ich muss doch hier nur runter so jetzt hab ich genau das Fahrzeug, was ich immer wollte abgeschmeckt ahhhh Sau was ist das denn schon krass? ja, wie kann man das wirklich machen? wie sieht's aus? oh egal jetzt ist es ausgeglichen jetzt nehmen wir den Scheiß ja, was macht's denn? einer, was du zwei zwei bam und weg bitte der sieht doch noch aus als könnte er was reißen ähhhh was tust du? ja, ich glaub der hat das selbe Problem wie Mann, was sind das denn für Fahrzeuge? komplett anders als ich das bauen würde total in die Breite was? geiert ihr da rum? geht doch mal, äh angreifen wo ist denn deren da hinten ist doch die Base geht doch da mal hin das wie war das denn? bläht wauh, Kerl, wenn ihr Deppen wollt, warum bleibt ihr direkt da? Das ist nie denkbar, oh günstig, okay. Das war aber nix. Ja, ich denke, ich denke, ich denke, also die Robocraft-Folge machen wird viel kürzer, aber ich denke, einen können wir noch direkt hinterher klatschen. Dauert natürlich dann bei mir ein bisschen immer mit dem Hochgeladen, aber ich denke, dass ich heute noch, am 1. wird es wohl hochgeladen werden. Und ich erinnere mich noch an alles. Ich erinnere mich an jede Kleinigkeit des gestrigen Abends, was auch nicht so häufig vorkommt. So, diese Map mag ich schon eher. So, ich versuche hier wieder rechts zu bleiben. Ja, Moment. Da ist alles so schweißig. Ja, ich hab's getroffen. Ja, ich hab's getroffen. Präpfeuer. Ja, ich hab's getroffen. Ja. Ja, ich hab's fortgeschrieben. Ja, ich hab's versucht. Ja, ich hab's leer. Bäm! Und getroffen! Das ist natürlich ein bisschen beweglicher bleiben hier. Nicht gut, das ist jetzt gar nicht gut! Nein! Die Lane haben ziemlich. Und das war's! Ich hab auch keine Waffe mehr! Oh, so ein Dreck! Seht ihr? Oh, so ein Dreck. was kann es sein dass der kollege das wäre gar nicht so dumm weil wenn er sich auf dem bad legt und überschlägt kann er sich mit dem antrieb wieder drehen oder nicht und sein fahrzeug macht sinn wenn du frontal angreifst aber nicht wenn du deine schöne breite reise zeigst naja das war's erstmal das war die neujahrsfolge wenn ihr so wollt ich danke euch fürs einschalten ich hoffe ihr habt ein tolles jahr 2015 ich hoffe natürlich ihr bleibt mir gewogen und ihr bleibt mir treu und ich versuche einiges neu zu machen ich versuche einiges zu verbessern und ja dann sind wir alle happy und dann kriegen wir das ja auch rum letztes jahr war nicht so schön war schon schlimm schlimm ist ja aber es wird besser verspreche euch kann ich jemals regnen und wir sehen uns in der nächsten episode robocraft wieder macht's gut